Grüß euch bei uns in der Tischerei Heinzl. Ich zeige euch jetzt unsere Firma. Ich habe die Tischerei von meinem Vater übernommen und bin stolz darauf, dass wir von der Planung über die Produktion bis zur Montage alles selbst machen. Je nach Kundenwunsch produzieren wir rustikale Massifelsmöbel mit rauen, gebürserten Oberflächen bis hin zu Möbeln mit Hochglanzlackflächen. Wir schaffen Möbel für den privaten Bereich im wendlichen und rustikalen Stil. Für unsere gewerblichen Kunden planen wir komplette Shop-Einrichtungen, so wie hier im Miele Center Resch in St. Florian, wo wir auch eine hochmoderne Musterküche eingebaut haben. Ein Vorzeigeprojekt von uns ist diese Cocktailbar hier in Deutschlandsberg. Die gesamte Einrichtung Stand aus unserer Tischerei. Der Follow Me Award. Voten Sie mit! Wählen Sie den Nachfolger des Jahres. Klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow Me Award gewinnt. followme.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive. Follow Me ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der begleitenden Partner. A.k.a. In der Videospielbetriebene. B.F.